Die Innovation Games sind eine wichtige Veranstaltung, ein interessanter, lustiger, aber auch zukunftsorientierter Ideenpool, der hier beraten wird und ausgewählt wird. Und es sind wirklich zukunftsorientierte Ideen gebracht worden, die uns in der Gesellschaft gut tun. In der Verwaltung hat man immer ein bisschen die Gefahr, dass man alles, was man täglich sieht, als unabendlich betrachtet und wir müssen uns aber immer weiter bewegen, es hilft ja nichts. Und es geht nur, wenn wir auch bewusst auffordern dazu, innovativ zu denken, komplett neue Sichtweisen einzunehmen und so eine Veranstaltung wie heute hilft da enorm. Wir als Holding sind da gerne dabei, wir sind mit Innovationen tagtäglich beschäftigt, das ist unser tägliches Geschäft und werden diese Ideen, die vor allem alle, die gewonnen haben, es sind alle Sieger hier, gerne unterstützen, dass wir das umsetzen können. Es geht einfach darum zu zeigen, dass wir bewusst Innovationen wollen, damit auch durchaus auch Fehler wollen, das passt ja, das gehört dazu, aber man muss die falschen Wege auch gehen können, um dann die wirklich tollen Wege zu finden.